Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Bilk. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 28 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 490 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.